ja meine lieben ich muss es ihnen gestehen ich kann mich ihnen in zukunft nicht mehr anders präsentieren als so ich habe durch dampfen meine nase verloren also die ist einfach weg und möchte an dieser stelle aber auch sagen dass jeder der zuschaut auch übers dann auf youtube hochladen gerne berechtigt ist also fotos ausschnitte davon von meiner fehlenden nase also besser gesagt von mir mit fehlender nase an die bild zeitung interessierte sender zeitungen zeitschriften heute die ganzen druck und elektronische medien weiterzugeben ja also es ist wirklich einfach furchtbar pardon ich dass das furchtbar ist ja ich kann ja jetzt nur immer nicht aufhören ich dampfe noch immer obwohl ich schon die nase verloren habe und ja es ist einfach nur 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 furchtbar und sie werden jetzt also mit videos von mir leben müssen wo sie nicht mehr sehen als meinen hinterkopf nebenbei nette zuhörer die man eher öfter schreiben können sie bitte nachschauen ob ich eine glatze bekommen bin 55 aber irrsinnige angst sehen sie wieder wie der mensch ist habe mehr angst davor eine glatze zu bekommen das will ich aber nicht sehen also chance da ist es ist hinter noch da hinten so in dem bereich aber sollte ich eine glatze kriegen ist natürlich auch das dampfen dran schuld wir haben jetzt stehe ich also nasenlos für ihnen beziehungsweise sitze vor ihnen und das werden sie mir doch wohl glauben jetzt muss ich das mikrofon da hier umstellen sie sehen die nase ist noch da aber dafür sagen so ohne ist es nicht ganz sicht weil ich nämlich allen ernstes was immer das sieht wenn sie dahin gehen daher sehen sie das als die andere seiten soll es im seitenverkehrt einen roten fleck habe und diesen roten fleck auf der nase das ist jetzt ganz eindeutig den habe ich mit sicherheit vom dampfen und jetzt ist es natürlich wirklich notwendig dass man uns schützt also beziehungsweise sie weil sie dampfen ja nicht ich schon und und jetzt ist es natürlich ganz furchtbar sie muss was geschehen dieses furchtbare dampfen wegzubringen herzlich willkommen zum tagebuch eines pfarrers von ihrem pfarrern spiegel evangelisch mistelbach er kennt den rest wieso erzähle ich ihnen jetzt so ein blödsinn weil sie sehen ja dass die nase da ist zum beweis die sogar ziemlich groß und eigentlich völlig intakt und diesen roten fleck den ich da drauf habe für den ich mir unglaublich schäme kommt davon dass ich vor jetzt wahrscheinlich 20 jahre eine brille getragen habe die hat ein gumm silikon wandel da oben drüber gehabt und die hat den blutfluss so stark beeinträchtigt dass da seit dem heute den roten fleck also das ist der grund ist auch das ist mit dem dampf nicht wie komme ich auf den blödsinn na allen ernstes in der bild zeitung ist das gestanden dass jemand also ein perforiertes septum hätte das sehen sie bei den netten jungen menschen der nasen nicht tragen das ist das septum das ist also die scheide wand zwischen die zwei nasenlöcher und wollte ich ihnen zuerst sogar als in großaufnahme zeigen aber doch dass meine lieben zu sehr doch nicht aushalten und es gibt jetzt eben in graz den universitätsprofessor bernd meyer der kleiner mensch ist weil man auch in österreich so schnell nicht universitätsprofessor wird hatte mal die ehre an einer habilkommission teilzuhaben und was das für ein langwieriger weg ist von der berufungskommission ganz obgesehen aber allein die habilkommission reicht schon das schöne an der ganzen sache ist etwas anderes ist der professor hat dann auch noch ein foto des schwer geschädigten mannes bekommen zitiere wörtlich der abgebildete mann demonstriert eine kleine wunde an der außenseite seiner nase das ist nicht die nasenscheidewand ich bin ja kein fachmann würde aber diese schädigung und anführungszeichen spiegel oder kratzwunde bezeichnen der bericht und das foto haben jedenfalls nichts miteinander zu tun das hoch spannende dran ist wie immer die frage der medien die frage wie dinge kommuniziert werden wie sie sich weiter bewegen und was sie glauben ich habe das am anfang wirklich so gemacht es gibt eine legendäre geschichte eine untersuchung über die bild zeitung da hat sich jemals damals eingeschlichen und hat so getan als ob er redakteur wäre und hat damals einen bericht in der bild zeitung deutschland weit gebracht von völlig verzweifelten menschen die einen einen verregneten urlaub hatten und nie hinausgehen konnten mit fotos dabei das war ganz 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 spannend und das ist die sind alle tiefdunkelbraun und das war überhaupt kein regen und das hat jeder geschluckt das hat keine reaktionen gegeben keine leserbriefe das war noch in der vor internetzeit wie ich noch in die schule gegangen bin die leite hams einfach geschluckt sie sehen an dieser einen stelle wie wie völlig irrwitzig diese ganzen dinge hier funktionieren man glaubt es nicht ich habe extra meinen hinterkopf gezeigt und es ist unfassbar so laufen heute zumindest in sozialen medien teilweise nachrichten man sieht nicht was behauptet wird es ist irgendein foto dabei und alle glauben so ein foto dabei ist auf dem gar nicht zu sehen ist was im text behauptet wird beim dampfen ist es wurscht okay seien wir uns ehrlich das wohl und wehe der welt hängt nicht von der gesetzgebung im bezug auf dampfen ab ich finde es sehr angenehm weil es mir körperlich weil das besser geht seitdem ich nicht mehr rauch aber denken sie an die flüchtlinge denken sie an kriegerische ereignisse denken sie an was auch immer ist mir die nase abgefallen oder nicht bitte meine lieben stellen sie sich einfach die frage wir sind als menschen nicht für diese unglaublichen ansturm an bildern gebaut wir können damit ganz schlecht umgehen und es wäre ist nicht cool wenn sie sich als verantwortliche wortungsvolle christen einfach jedes mal bevor sie an nachricht glauben fragen hat der spiegel noch seine nase oder nicht es ist einfach ein gag und es ist wie gesagt beim dampfen völlig wurscht nicht mehr wurscht ist es bei den dingen die wir zum beispiel in bezug auf diese migrationsbewegung jetzt sehen und was sich überhaupt abspielt dort ist es nicht mehr wurscht weil da geht es dann richtig 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 um menschen was glaubt man man sollte immer nur glauben was man mit seinem klaren verstand überprüft hat deswegen wurde in der liebe gott nämlich in uns eingebaut das ist nicht so irgendwer oder reservekanister den es eh nie brauchen sondern es ist der motor und wenn wir christen sind meine lieben dann sollten wir doch die geschenke gottes dankbar annehmen und gebrauchen eine ganz tolle nachricht verstand und vernunft wird nicht verbraucht ein leben lang das wird sogar immer besser je mehr man es benutzt gesegneten abend euch allen